Ja, bei diesen Bäumen, das sind die Zwetschgenbäume, habe ich soeben hier diese Bindungen entfernt. Da ist jetzt nichts mehr zu sehen und somit geht es jetzt nun weiter in die nächste Reihe. Da werde ich dir das jetzt hier zeigen, was ich da genau entferne. Das ist von einem dieser hier, das sind diese Sicherungen, die werden hier ausgenommen, so dass dann das hier gelöst werden kann. Und hier im Untenbereich ist es hier diese Gummibindung, das wird einfach hier dann sozusagen aufgeschnitten und dann weggenommen. Damit dann diese Pfosten entfernt werden kann. Und das geschieht dann mit jedem, da sind die, die ich soeben gemacht habe. Das ist jeweils das Gummiband hier, wo geknüppelt wurde und da wird das einfach aufgeschnitten. Und das Metallstückchen, das hier so angebracht wurde, wird einfach entfernt. Das sind die unterschiedlichsten Formen. damit dann dieser Stützpfohl entfernt werden kann, um es bitte wachsen zu können. Das ist der Ablauf. Bis zum nächsten Mal.